wir gehen oben auf schon mal vorgeworfen ja das passiert was ganz gerade sagte ja ja schön ist dass man selber selber mitkriegt wenn man am pc spielt habt ihr denn keine integrierte karte doch reingebaut ja aber wie viele sachen willst anschließen ich muss halt immer meine kamera drin ja ich habe meine kann man natürlich über einen video mischer von black magic noch laufen entschuldigung ich wollte da nur sagen was cool ist aber ist egal also ich hätte gerne intern muss ich sagen die die neue von elgato aber dieses ja nur für kameras gemacht aber dann kann ich wenigstens zwei kameras da schon anstoßen das heißt meinst du nicht dass er in den hdmi signal von der switch erkennen kann jeweils kein hier das zum durchwinken dieses hdcp hat es nicht das heißt playstation zum beispiel ein signal der schnitt da direkt vom jahr hat das ist auch wie wenig 25 oder kostet ja schon der kostet sehr aber dafür muss ich halt schon gewinnen damit überhaupt was also nochmal sehr gut an dieser stelle war das hervorragend das hier ist also nach der runde wird es dann also nach der runde geht es dann los das ist nur die aufwärmung wenn ihr alle heißt hier damals und einem squad modus leute wenn die anderen nicht rausgehen können wir doch nichts mehr er ist gar nicht so bad naja nur vier ja hier geht da nur bei einer null natürlich doch direkt neidemann und zwar so wir dürfen jetzt kundra nicht gewinnen lassen wisst ihr na also muss man mir die mario kart spielen der beleidigt ich nur ein anderer mensch ja ich bin der beste mario kart die anderen loser ich habe meine taktik ein anfang das ist nur das aufwärmen oder die beiden schultertaste versteckt geht ja nicht los hier leute das habe ich vor zwei an das letzte spiel habe keine freunde also wenn du das immer so machst du musst das hier wirklich einfach nur mit gewalt daraus und das ist ja der trick oder also da ist ja da musst du einfach nur fest schütteln das andere wäre käse ne ich glaube nicht das kommt ein bisschen auf die positionierung der in echt würde ich da einfach einfach bist du drauf aus dem ganzen bums jetzt hier waren die blockieren sie ja 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 ich habe den profi eben kundra was ist da los bei uns mein kundrad ist doch der deckel drauf ja ich glaube auch der hat wieder dazugedreht gibt es ihnen kein timer dazwischen hat aber es ist interessant bei allen blieben die beiden grünen als letztes der die liegen halt quer drin muss der glück haben dass sie zuerst rausfallen die eier hängen fest ich glaube ihr habt alle schön die schlaufe ums handgelenk ich dachte der monitor landete ich habe ja noch nicht mal was dran weil ich die gerade von der switch abgemacht habe das will zu sehen hier unten diesen was soll ja aber ich hatte die an der switch dran ich habe mir den anderen controller extra hergelegt aber der darf man ja nicht nur kann ich nachher den lobby code das war gar nicht so dumm ja aber es schmeißt einen zurück ja wenn noch mal eine null würfelt ja das könnte funktionieren gehe ich dann wieder kommt wieder zwei münzen und jeder wieder hin jetzt aber 1 2 3 4 5 6 7 9 das gleiche muss los kundraut deckt an den code perfekt ich will es profi jetzt aber jetzt auch kampf kann immer unter 7 kam kam fröhlich doch bis zum ende dieses spiel auf dem moment also du willst ja von jemal weg oder erde muss glaube ich du musst auf die nächste insel sind da nicht auch drücken dazu jetzt einmal mit einer sieben relativ krasse im kreis laufen und wenn ich eine null würfel komme ich in die röhne aber einstürzen oder sowas ja beziehungsweise da schießt doch glaube ich so ein da hinten also ich glaube ich stürze nicht ein aber da kommt hier der der fisch alle gegen der hallo dass die nicht noch ein paar maps gemacht hätten ja also maps wählen wirklich mini spiele wir hätten alles mit dlc ist noch komplett ausschmücken können es war gespannt es gibt ja momentan gerüchte werden herum rennen wegen mario party und was sie da dann wirklich mal mit dem was gibt es für gerüchte im neuen mario kart echt wir müssen uns alle dran halten das war genau warum wirft er denn so früh okay okay hallo hallo hinterkopf zählt ja wohl nicht jeder wurf ein treffer das ist die challenge nicht auf mich nicht auf mich nicht auf mich dann noch nicht gehintet nein daneben das sieht ja ich würde auch nur von hinten getroffen das war unfair das heißt wenn ich dich hassen würde dann würde ich nie am klatschen ja man kriegt ja auch kein geld ja aber geld ist nicht alles alles strategie streit strategischer gedanke einfach nur allgemein haben sie das schon sehr abgespeckt diese super mario party wie teuer ein stern hat damals noch 20 gekostet und du hast viel weniger münzen bekommen stellen ja hier schon hier fast geschenkt jetzt hätte ich ja das andere wir hatten beim letzten mario party spielen schon überlegt ob wir die kamera woanders hinschieben aber es ist irrelevant egal in welcher ecke ecke du die kamera hinschieben du wirst immer irgendwas verdecken also ja jetzt verdeckst du die punkte da oben rechts würde man jetzt die positionierung verdecken also es ist immer das hatten wir letztes mal schon bei mario party und ich werde es nicht verschieben ja der oben steht führt ich bin mal so nett dass er nicht zufällig glaube ich warum immer ich dachte mir bei bei einem zieht er sowieso immer von dem ab der auch das geld hat also das wirkt zumindest so habe ich keinen mehr ich habe immer ein zufall gemacht und war kein hast du brechen jetzt mal gezielt gemacht und er findet noch ein geheimnis feld jese ist klar knapp wenn man einen stern gefunden jetzt wieder mit meinem mächtigen wurf mich aber namen stören würde ich sagen hat gefällt mir wobei hättest du mal von bei louis geklaut und hätte sich kein stern jetzt leisten können ja hätte hätte fahrer grenzt ist doch vor bei louis dran ist auch darum links oder nicht stimmt ohne viel wäre jetzt optimal ach da gibt es wieder diese blöden partner helfer helfer stimmt das war die meisten partner hat wieder ein stern jawohl bau sah gut der mit dem dicken würfel hier ist mein geilen würfel 50 prozentige chance über acht feldern zu würfeln mal spielen wir alle gegen das verlieren wir aber nein denkt dran denkt man die können zwei kisten nehmen zwei kisten aufheben grenzt weil du musst hoch eine zu den tür türen wo er immer genau und dann hier haben wir nach unten rechts bringen ja okay das ist das ist ein easy game für den solospieler ist auch so viel angenehmer unsere ablage ist auch recht ja genau ihr müsst ihr auch nicht verbringen nee ich glaube nicht ich kann ja gar nicht so schnell hin wie ich kann ja ja ich wollte nicht dass er die nimmt haben geblockt hey du blockst mich lau habe ich gesagt wie komme ich jetzt runter ja wenn die treppen und nach oben drücken wenn du so etwas ist also du musst die komplett manuell runterlaufen das ist keine animation die stufen nein du genove ja der hat mir auch eins geklaut er ist ein großer ganove das ist echt ein easy spiel für den imposter hier nehmt da aus der zweiten tage und auf dem nur noch 14 sekunden einer muss noch runter bringen ist es gleich vorbei das ist schon das schafft in sechs sekunden glaube ich nicht mehr das ist ja unschaffbar da wie sollst du denn das gewinnen das war aber einigermaßen knapp also weiß ich nicht die treppenanimation ist also die die treppe zu laufen ist echt und dass man sich gegenseitig blocken kann ist halt auch echt mies die taktik jeder auf eine ebene macht auch keinen sinn weil es kann dann einfach sein dass er weiter eben nach gar nichts kommt ja mir hat kunrad auch das aus der hand genommen also eigentlich schon angelegt das paket hat diesmal will ich eigentlich keine müll jetzt auch eine vier oh bowser war direkt matt als wir ihn an getatscht hast hast du nicht auch einen besseren würfel um zum stern zu kommen ja doch dann muss ich den nutzen jetzt zeigte mir alles ja wenn man grans hat das spiel schon mal gespielt so war luigi enttäuscht und 1 1 oder 2 oder so gibt ihm jetzt keinen sternmann aber ich kriege auch noch schulden das fühle ich so jetzt machen wir lieber auch die normalen würfel gehen nochmal sicher weißt du warum eine sechse würfel müssen das war geschafft ja gibt mir den stern jetzt nicht kauf denn wer ja dann schnapper ja also das haben sie haben sie wirklich viel geändert weil sie ja regelmäßig sachen geändert haben und zwischendurch hat sie ja das ein ding muss glaube ich gar keine sterne gab oder ja das war das schlimmste ich habe doch mal irgendwo 1 wo es diese map nicht mehr gab wo man zug saß war es ist es gab mal eine mit dem zug aber da gab es auch nicht mehr aber die war geil mit dem zug der über die map fuhr und so mit dem zug war echt cool ich glaube das war das zweite oder dritte war das da waren die ganzen themendinger drin das western-ding da gab es auch diesen duellmodus wo man dann auf timing ziehen musste sozusagen so jetzt gibt es Ärger oh süß der mega blooper hallo ne das war nicht also ich meine nicht dass auf der 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 wo auch das cover ist dass luigi und mario da im western outfit drauf sind weil das also die western map gab es also zumindest die die zudem gab es auf jeden fall auch bei der version noch hier wollte ich hin ne es gab doch aber eins wo man wirklich gar nicht mehr diese diese spielbretter hier hatte stimmt es gab eins komplett ohne spielbrett das meinte ich ach so wo alle in dem boot sitzen meint ihr ach im boot ja und ja ja der stern ist ja hinter mir es hätte ja oh lucky lucky fällt obwohl es auch geil wäre wenn du da dann hättest du noch einen gekriegt oder ja aber das geht ja das ist ja der gag dass die mit würfeln damit die plus null würfel das nicht ermöglichen dass du das abfahrt also zwei ne doch nicht aber gegen alle alle gegen alle wir haben dann fisch genau ich wollte sagen dass wir schuldung nehmen fisch 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 liebe ich nintendo für solche auch für das feedback und so war offen hier und merkel ist es abhängig war nicht schmeißen wie fest die schmalze wie du wie schnell du schön im schwung mit dem du nach vorne gehst es gibt auch nur leicht und fest mach doch nicht fest junge er geht oben auf schon mal vorgeworfen oben wieder oben kann ich gut mann immer nicht da bist du schwach war louis funktioniert steht er ich war mir vielleicht ist ja 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 gönnt euch eure sterne münzen für 30 können wir den von bei louis weg angeln oben leute denken danke dass du nett wenn jetzt einfach hier im kreis da muss der ding ist es ja da oben links bei euch ist ja ich dachte du stehst ja auch da gibt du erstmal geiles item ist und man will einfach nur geld haben da wurde ja auch bestohlen von der mani 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 denn man kann wo der stück ist aber los du bist zurückgekickt weil ich dachte du hast immer noch immer nur plus null gewürfelt und du stehst immer noch da runde fünf von zehn nur versucht minus geld zu machen muss zehn runden spielen und wirklich zehnmal pech haben dass du dich einmal das wird so dumm und da du gehst du neun wird erst mal reingeschockt wird erst mal genau die dicke röhre gekauft wenn wir in den nächsten stern holt da steigt aber auch die temperatur des ladens was ist das denn für scheiße wenn das ding voll ist dann hat dann passiert auch irgendein also es darf nicht voll gehen ich glaube du kriegst das ist das wo ihr nicht zurückschlagen hallo ich klatsche euch weg und nein wir müssen ausweichen da darf uns nicht treffen ein bisschen antäuschen muss man auch manchmal es ist auch ein bisschen delay ja ich muss halt erst mal gucken wo ich hinziele und muss dann da du wie wärst wenn du das nicht auf mich habe ne idee unbedingt die eine mechanik habe ich schon mal ausgenommen aus dem spiel die eine stadt habe ich schon verstanden einfach nicht heimen sondern nur schlagen das kreuzer einfach direkt auf mich drauf am anfang ist ne frech ne geht schon wieder nur auf mich mann ich wusste es ein teamspiel maloui so konrad nur noch 20 sekunden du kannst es scherz noch 17 16 aber no pressure wann ich muss die juke in die ecke drängen lassen glückwunsch gar nicht sarkastisch glückwunsch gerne trotzdem nicht das meiste geld du hast ja auch in röhre gekauft erheben du es reich an items also nicht an dem items aber konrad recht wenn die anzeige voll ist ist der shop weg das ist schlecht da man da man nichts grundreiche denn nicht irgendwie so ein event mit dem stern kann mir aber ich kann mir vorstellen dass die anderen items den balken nur um ein strich füllen und die röhre vielleicht um zwei also das hat das schon einer gekauft ich glaube es hat einfach beim unteren angefangen also bei null an sondern aber so die wäre es wahrscheinlich auch gar nicht warum denn ich war vor allem das publikum klatscht was das eigentlich für glücksfeld glück dass seine gegner leid ja glück dass dir nicht passiert wenn das wenigstens so wäre dass ich die münzen bekommen würde ich drehe die ehrenrunde und klauen machen was ja ich glaube hier mal noch nur so eine runde schön hier auf der insel ihr seid doch nur alle neidisch mit einem richtigen items aber fast zum dienst kommt finde aber ich habe kein item leider wo du dir jetzt erstmal einen stern ja geht ja sogar mit dem mal aber nicht auf ja wenn du ne minus drei würfels bist du da drüben er kann ja gerade dingen zwölfeln oder weil der andere doch mit ja aber er wäre bei einer 1 wäre ja ach nee es geht in die richtung dachte du musst in der richtung muss noch eine runde abwarten und gucken ob grenzen im feld vorbeiläuft so hat er mir nämlich keinen stellt da sehe ich mich auf die glocke geben aber das ist das nicht das ist glaube ich eben war das mit dem was das mit den daten ich finde das nicht einfach als werfer muss ich sagen dann müssen wir mal ein bisschen treffen ich kann aber hier hängen bleiben wenn du getroffen wie es bist du bist du gestammt also jetzt zum beispiel und die dinger die am boden liegen könnte ich auch blocken ja und drei dinger nur das ist ja ja das ist irgendwie das kann aber wir haben gar nicht viel finde ich das haben schon beide mal gewonnen ist tatsächlich das wäre aber auch so ein geiler clip für twitter wo ein gutes mini spiel drei ins verweilen aber es läuft eigentlich relativ gut oder weil man meinte das ja heute ja eigentlich es gibt es muss nur einer wirklich auch nur ganz kleines problem haben und schon diskonnect wie alle also aber bis dato läuft wirklich gut ist die beste wollte ich nicht sagen ich hatte ansatz zu ja egal die erst haben wir einen schon dran habt ihr also mario golf sieht ja richtig gut aus habt ihr neuen trailer gesehen mehr noch nicht war also es könnte wirklich ein gutes spiel werden und du kriegst noch ein partner ja und weiter sehen münzen und kann ja und er kann noch mal shoppen bei dem shop damit ich ja nichts kriege aber wenn ich shoppen gehen und dann ist mit mir aber ich bin noch kurz eins wenn da jetzt einmal shoppen gehen aber sie einen stern schnappt dann ist er erstmal instant platz 1 ja okay wir sind jetzt alle gleich auf kundern sieht momentan position also kundern ist gerade ganz ja aber die röhre muss ja nicht ausgeben weißt du also die ich muss meine röhre jetzt nutzen um den stern woanders hinzubringen nee lass mal da liegen ich bin da auch in der nähe aber der ist aber glaube ich auch das ist so dieses das dritte reihe team so von mario charakteren monty maul wo die rufe spielen auf und mit das ist doch mal dämlicher würfel ja das ist derselbe also meiner hat ja irgendwie plus 2 plus 2 und dafür halt 1 und 2 nicht und er hat einfach plus 1 und dafür die 1 nicht rent stürmt aber gleich ist er da ein partner auf distanz überbündensilfe das kasse telefon einmal ist ja das was jetzt gerade random kollegen dann das kann ich ja ich bleibe da unten recht auf der insel ich mag das da also das glücksfeld ist aber auch also alles was da ist ist echt nicht nein ja aber ich meine drei münzen ist besser als ein gegner verliert fünf scheiße ich wollte nicht würfeln in den gegner weil jetzt fünf wird mir besser wollte dich würfeln an lucky ich wollte oben dachte ich ist items also die taste ja es startet auf alte was macht das wohl kommt holst du dir bestimmt den salat dann ja eben das doch nie ist ein stern passiert also das kann dir nur was gut ist eine an und der zweite kriegt dann ja ich glaube tatsächlich ja ja ich glaube tatsächlich ja aber ganz kann doch nichts das stimmt ergiebige ernst nächstes mal hier mario fahrt nicht dieses spiel schon wieder okay das ist das nicht aber das ist aber geil oh nein oh nein okay aber wer ist der geist ich fange die bomben weg ne ich fange die bomben und den rest kannst du dann haben das ist aber nice also die idee ist lustig also grans pass auf ich mache die rechte seite macht die linke das geht ja gar nicht ja doch das geht ja aber das ist doch fix ne grans ihr seid diagonal ihr könnt euch nicht absprechen achso ich war klar du gehst links ja wenn du mir das durchfallen lässt ist das für mich ok ja dann können die halt ein paar bomben jetzt sein mal Louis lass mal was ich hab gedodged ich hab gedodged ey mal Louis fängt alles trotzbomben der Frechnachs der Kunrad auch nur einfach geeidelt am richtigen Ort einfach viel zu gut gespielte jetzt hier Kunrad hat reingekinnt komm mal Louis lass was durch alles meins alles meins ding 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 und oh ja ich dachte die bomben sind bonus punkte sorry man ja darauf alle vom eingesammelt ja eine nicht ich hab eine bombenstimmung und scheiß braun hier brauche ich jetzt extra böse felder wieder aufgepasst ihr gerne rufen bekommt jetzt nicht sogar noch einen bonus ich hoffe ja ja der letzte kriege ich jetzt der letzten Stern oder sowas nee ich glaube es ist nicht immer der letzte der was bekommt bei Luigi ist der letzte und was kriegt der ein Item glaube ich kriegt der boah ein Goldblock also Grenz hat zwei absolut insane Items in der Tasche ey ich spag aus solltest du auf jeden Fall noch nutzen aber nicht so wie da du dann Würfel drücken bitte ja ja komm hier mach mal wieder die Felder zu ganz bösen Feldern wenn man das auch nicht skippen kann ja da gab es Mario Teile die waren noch schlimmer als das also da die hatten mehr Text wenn du der Ladenbesitzer da wirklich drei vier Sätze ums Ohr raut erstmal den ganzen Lebenslauf wo es ist so schon wo ich also der ist der der XX Kommissar in Ladenbesitzer gestalt ich fühle mich da ich hätte gerne eine extra Rolle und kriegt er hier noch den bestellen aber ich kann noch eine Röre kaufen nein kannst du auf der drücken oh oh what Kuna ist zu heiß oh du gerade war ist nicht voll Glückwunsch ja meinte ich nicht so äh also ich meine gönne ich dir Sterne erhalten jetzt der erster Fies an mir vorbeigezogen so kennen wir ihn ich habe das Gefühl der positioniert aber auch immer den Stern da wo keiner so schnell wieder reinkommt oder das ist bei Mario Party ist es wirklich Zufall also hier ganz gibt es keinen das ist nicht wie bei Pumper genau vor oh ja ja also das ist in Mario Party es hätte auch ein Feld weiter sein können von Kundrat warte mal bekomme ich den den bekomme ich auch noch oh wow stimmt ne doch da kommt er locker noch hin S-Seine ne lauf Kundrat nein ja aber das Mario Party hat da ne Protection das sei wohl ne Freche deswegen deswegen spiele ich am liebsten die Casino Map also nicht jeder das ist egal bei Mario Party ist das absolut wurscht ja ob das ob das passiert oder halt nicht ähm aber die Casino Map ist die mit Abstand fairste finde ich warum weil die da der Stern ist immer an derselben Stelle der bewegt sich nicht ah aber da du kommt eh um zum Geschenk noch eine Clown ne friends ja ich hab keine 30 keine 30 ne kein Geld aber vielleicht kommt das Ding jetzt mal nach oben geflogen aber du kannst ja noch deinen Helfer ja 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 und das ist auch ein normalen Wurf glaube ich call jetzt erstmal die Police du hättest den Goldblock nehmen sollen dann hättest du Münzen bekommen oder ein Stern und dann hättest du noch klauen können ach so aber ja oder kann er nochmal wirkt man noch ein item benutzen ne du kannst ein iPhone der vielleicht soll ich spezialeite mehr ja und du hast keinen Würfel der dir Geld gibt na null wäre geil ne ehrenrunde einfach es gibt ein present hoffentlich ist da Bowser drin und haut dir auf die Mütze das ist überhaupt was anderes das ist wieder in der einen ist Lakitu und der anderen sein Bruder ich mach zu viel da ist ja kein Haterzeugen ja jetzt hast du ja Haterzeugen ich mach gar nicht mit Geld aber auch mit der neun von mir gar nicht verkauft noch mal ein bisschen mehr Geld oh jetzt ey jetzt hast du das Spiel mich aber auch so richtig ey nee 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 kann ich jetzt nochmal einen kaufen das wäre schon nice nein nein warum auf Wiedersehen wolltest du dir eine Ehrenrunde machen ja wollte ich auch wie damals die Geschichte ach man aber ich würde eh wieder nur eins heute ja nee doch war halt eine 6 aber die hilft mir gar nicht mehr so viel lass mich mal überlegen macht einen goldenen Pilz da noch Sinn ich glaube schon vielleicht brauche ich den noch aber nur vielleicht diese McDonalds Burger Box diese benutzen für die items ne die auch süß ich bin das schon ein bisschen umweltverschmutzung ja sorry die werden wiederverwendet so das ist jetzt aber trotzdem blöd ich muss eigentlich den Bowser Würfel bespielen und auf 50% hoffen da kommt ja eh kein aber du hast noch zwei Runden also die Möglichkeit die er noch bestehen kann ist Kunran gewinnt ja ok stimmt dann würde ich die Röhre dann nutzt die Röhre dann kriege ich auch wieder keinen also 50% dass das Match komplett zu Ende ist aber guck mal vielleicht meine Röhre benutzen können ja aber wenn ich jetzt nicht gewinne nimmst du danach deine Röhre hast den und kannst in der Runde danach dann kannst du in der Runde danach deine Röhre nehmen dann hast du zwei Sterne hast du dich gerade schon ok nochmal jetzt ich auch nicht auch die gleichen Teams wieder ja komm jetzt ich werde dich jetzt rechne dass sie den Stunlock da oben mach mal hier ready boh Goomba ich bin ready ich bin ready Entschuldigung wer ist Waluigi ich ich komm wieder genau hier Katsine Stolz oh Stolz 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 Lass dich da da nicht Hinten immer Kunran Hilf mir Waluigi die haben 6 die Hater Alter vlog mich nicht weg mit dir ich hab ganz gut getroffen Alter was ist da denn ja beide gehitten komm mal Louis wir sind noch wir sind noch im Rennen jetzt wieder Kunran nein oh 12 12 schon wieder ne gerade war 13 12 glaube ich ja aber schon wieder so mega knapp ich hab's mega verkackt Kunran sieht einfach aus wie Washington wer kriegt denn jetzt die alle gleich viel oder Scheiße das bedeutet das das bedeutet das Kunran wahrscheinlich genug hat ne ich glaube 5 oh übel also ich glaube was sie bei bei Mario Party auf jeden Fall übernehmen sollten von Pummel Party im nächsten wäre die Reihenfolge zu Ende der Hand der Minispiele und die Gewaltdarstellung ne aber das meine ich wirklich so also ich denke dass das sehr veraltet ist das Setting Alter Kunran ich finde ich bin der Reihenfolge Kunran holte sich eins nach dem anderen ja war dann ein paar falsche Entscheidungen von mir also ich hatte mehr Möglichkeiten gehabt den Stern schon vor Kunran zu bekommen aber ich wollte da auch auf mehr gehen sozusagen jetzt müsste der Stern aber zwölf kosten aber dann ist sogar jemand billiger oder so ne das ist auch nur bei der Casino Map wo der ja da gibt es dann einfach ein mehr genau da gibt es mehr und dann kriegst du zwei dann oder was ja und am Ende sogar kurz vor Ende 3 Alter guck dir das mal an Kunran ist voll der Liebling des Spiels heute das waren einfach super Entscheidungen von mir ja und dass du einmal zwei stehen komm nochmal zu mir rüber hier Toadette oder wie du heißt Toadette Gisela ist sie achso ich bin noch im Rennen ja du bekommst doch noch zwei was ist denn das ich bin noch dabei was ist das alles gut aber jetzt geht es was denn oh nein was muss man hauen oder drücken nur ich habe gar nicht gewählt ich glaube nur dass immer die ganze Zeit A drücken bis du denkst der Ballon ist kurz vorm Platz wenn der größte Ballon hat gewinnt ach das war die Scheißspiele ja oder das recht glaube ich naja alte gedrückt gedrückt halten kann hier achso oh Gott die Sehre alle gleich aussehen ne nicht alle einer sieht da sehr mickrig aus er versucht genauso hoch zu sein wie ihr im Endeffekt bei Kunrat hat es genau geklappt hauptsache dich letzter ist immer wichtig dieses Spiel ja du kannst ja dieses random fällt und wenn das auf dem Weißen bleibt dann ja kommst du ein Stern ja das sieht jetzt gar nicht mehr so gut für mich aus eigentlich ich konnte das Spiel gerade leiser werden oh ok ja bei mir weiß ich auch nicht das Publikum geht nicht ab wenn ich was kriege oh ich habe hier kein Jubeln gehört das war komisch wegen Wahluigi da du kommst auf jeden Fall noch zwei Sterne ach der würfelt ja auch noch mit moment das ist die vorletzte Runde ne ich gönne mir hier noch ein Freund das ist auch in den Achievement du kriegst noch extra Stern für genug Freunde oder so wenn das ja das Spiel sucht einfach ein random davon aus ach echt ich dachte ich kann das beeinflussen ne ne das war ich nicht es gibt aber einen Stern für den richtigen Freund dann heißt der Mario war der richtige Freund der Mario hat kriegt er den Stern aber es gab auch mit den meisten Freunden das hatten wir beim letzten Mal 1 3 3 3 5 6 ja wie schön danke schön dass ich auch noch würfeln darf wo ist der nächste Stern ich gönne mir gleich noch ein Eis aber ja das ist noch oh ja da kann man den auch gar nicht verlangen sagen oder mal gucken er hat ja sogar noch eine Freude ich nutze einfach den goldenen also ich einfach eine sechste Rüfel auf jeden Fall das ist schon mal ich habe ja schon mal die sechste Rüfel für dich fall runter jetzt ne ist er eben geist bin genau ja den das brauche ich jetzt noch dankeschön wenn der Stern kommt wenn du den richtigen hast ja wenn ich den richtigen habe stimmt schon stimmt schon ne 6 boah das war ja überraschend habe ich gar nicht mit gerechnet und mein Kollege würfelt da nicht mit achso ok beim goldenen nicht weil du willst ja auch die genaue Zahl haben der shy guy sterne halten ich fühle mich irgendwie auf einmal nicht mehr so weit vorne ich war die ganze Zeit erster ich bin hier zum kuscheln ich bin hier zum kuscheln ich bin hier zum kuscheln ah ne bei Louis noch rüber ne ja ich bin rüber immer diese Fehlentscheidungen die bekommt Darlow jetzt noch vor allem wenn Darlow vor mir dran wäre dann könnt ihr dann auch noch Pechfeld oh 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 riesen Pechfeld jetzt verliere ich auch noch meinen Stern gib mir einen Stern ab ja Junge weg mit deinem Stern oder mit deinen Items oder was auch immer ne klau ihm die Röhre komm klau ihm die Röhre von dir ist die Stern ja komm oh oh nein nein oh 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 ich hab das noch nie gesehen aber gut man muss natürlich sagen Darlow hätte natürlich nicht die 6 auswählen müssen ja aber ich dachte mein Kollege würfelt da noch mit ja ne alles ist gut alles ist gut ich hatte das auch nicht auf dem Schirm dass du mit der 6 dahin kommst Moment was ist das? aber wir müssen oben das Ding abschießen ne die Spockrätts den Ding abreißen ja wir müssen es abreißen und boah und dann aber BÄM und gewinnt instant ja warte ja ok na das ist ja klar so game Leute wenn wir zu dritt auf eine Stelle zielen meint ihr das reicht die Wucht? meint ihr das ist so physikalisch? ne glaub ich nicht glaub ich auch nicht sie kann Nintendo nicht oder wat? hallo hallo block für block block für block block für block ihr Hater ach man ey hey was ist das? ok ok ja hey da sagt er da Turm für Turm wenn er auf den zweiten geschossen hat sie einfach geist bewegt bei mir weiß was da du dafür hast du keinen zum abklatschen so boah es war ein bisschen schade dass am Ende nur zwei Sterne verteilt werden das finde ich für die Anzahl der Sterne die du in dem Spiel einnimmst zu gewenigt also es waren vorher schon drei sind die auch deutlich billiger ja genau also es gibt viel mehr Sterne also jede Runde einen Stern und dann gibt es nur zwei Bonus Sterne ja ist schon wenig ja vielleicht dann mitzahlt hinten raus ich weiß nicht wie das ist das generell so egal wie viele Runden du spielst ja glaube ich schon also ich glaube es gibt zwei Bonus Sterne gab es nicht drei ja in den alten Teilen definitiv zwei ich wusste jetzt nicht ob wenn du zum Beispiel kannst ja glaube ich auch 20 Runden spielen ob du da dann mehr bekommen würdest ich schlappere das Eis jetzt auf Leute so jetzt will ich meinen Shop ich weiß nicht ob man Minus Felder gehen kann bist du war es nicht die letzte Runde ja ja aber ich will das Eis noch essen Leute weil ich jetzt noch einen Stern kriegt man nein okay ist aber nice nice to know was wäre passiert wenn du das nicht gehittet hättest ich glaube dann hätte ich gar nichts gekriegt ich weiß es nicht es gibt Sterne jetzt hier aber du hast es kaputt gemacht ja aber weil er jetzt schließen muss kann ich mir doch mal einen Stern geben SOMMER aber was wäre gewesen wenn das Anträge passiert wäre dann wäre der Laden wahrscheinlich nicht geschlossen gewesen das ist random wahrscheinlich ob der Laden bleibt jetzt will er beide Läden kaputt machen na gut na gut ja bei den meisten items wenn er einen Stern kriegt für die meisten items wäre das gut na aber da ist es ja es ist ja irrelevant dadurch dass Kunran drei Sterne mehr hat können wir nicht man ja ok stimmt ja wow der Charakter 3 1 1 5 5 5 3 ist auch nicht so gut 3 3 1 5 5 ruf mich an 3 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 ok mal auf lucky felder unterwegs ja toll der gute pels auch sogar 2 der Inventar wird glaube ich aufgefüllt wenn du aber ich habe noch gar nichts doch hatte ich noch was drin ich hatte glaube ich noch ein und ja, jetzt geht der auch noch schnell seine Röhre. Wenn der richtig verteilt ist. Wo er hinkommt, ja das stimmt. Der war ja auf der Insel ja auch bisher nicht so oft. Okay, dann muss ich den Bowser-Würfel nehmen und eine 10-Würfel. Rausballern, wir hoffen, dass du viel würfelst, ja. Aber wenn du, achso, ein Minus fällt, würde ja nichts passieren, ja. Oh, mehr ging nicht. 12 Felder. Jetzt sind es 13 Felder. Das wäre jetzt natürlich auch noch mal super cool, wenn das die Entscheidung ist. Dann bekommt Dalu beide Bonus-Sterne und gewinnt. Sterne erhalten. Sehr gut. Komm, geh nach oben, Toadette. Einmal nach unten links. Einmal nach oben, Toadette. Und wie geht? Geh nach oben. Ah, schade. Ah, weg ist oben links. Das ist halt auch die einzige Insel, wo du gar nicht hinkommen kannst, oder? Ne, also allgemein nicht, ja. Ich glaube, unten kommt er fast auf jedes Feld. Kann so noch taktisch überlegen, ob du irgendwas findest. Wo kommst du Pils? Nein. Wo war ein Verstand da? Ja. Ja. Na ja. Na ja. Na ja. Und noch ein Partner. Vielleicht ist ja der, also ein paar anderen, diese Runde mangelt es aber echt nicht. Können wir uns mit dem letzten Minifilien noch beeilen? Ne, das passt, glaube ich. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Ich glaube, ich bin der letzte gewesen, ne? Ja. Ja. 1, 1, 2, 3, 10. Kommt euch halt immer drauf an, was man will, ne? Ja. Oh, noch mal Freefall, hier. Freefuzzis. Das haben wir schon mal gespielt, aber ich weiß nicht mal, was das war. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Das macht ready. Genau. Da kann sich blocken, übrigens. Mhm. Da kann sich blocken? Ja. Da kann sich blocken. Ja, da kann sich blocken. Also antitschen, nur nicht stunnen. Wer blockt mich denn schon jetzt am Anfang direkt? Oh, nein. Oh, Gott. Ich geh in die Mitte. Juuu. Scheiße. Wie? Das passt nicht, oder? Irgendwie. Meiner reagiert manchmal gar nicht. Ja, das... Meiner ist auch nicht... Meiner ist schräg. Also meiner ist auf jeden Fall schräg. Ich bin ab'n rechts... Ich hab'n rechts drei halb. Back up the blocken! Kackanoven! Oh, what? Das hab' ich überlegt. Das ist das Ende? Ah! Das geht jetzt richtig los. Nein! Also ich... 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 Ich glaube... Ich hab' fast alle Minispiele gewonnen. Das ist also das Paket-Ding. B, unser Team... Also das war unentschieden. Ja, das war unentschieden. Unentschieden. Das ist wie ein Gewinn, oder? Mary... Meisten unentschieden. Danke für die 50 Euro. Ich lese das gleich alles noch vor. Ich hoffe, du bist noch ein bisschen da. Wer hat denn nur gewonnen? Hm... Überraschung. Wenn ihr jetzt immer noch zwei kriegt, oder so. Nee, reicht nicht. Meinen Stern hätt' mir nicht geklaut werden dürfen. Dank Baloui übrigens. Der Gruppenbonus. Warum? Wegen deinem Minus-2-Würfel. Ja, stimmt. Das recht. Yeah. Was war Minispiel, oder was war das? Welcher war das? Gruppenbonus. Achso, meisten... Meisten Mates haben. Meisten Felderbonus. Oh, da könnte... Da könnte meine Plus-12-Würfelder noch massiv geholfen. Ich war auf jeden Fall am Langsamen. Ich hätte gewonnen, wenn Baloui nicht das Item benutzt hätte. Gut gemacht, Baloui. Hahaha. Hahaha. Hätte ich mal bei dem Dalu nicht erster geworden, ey. Ziel erreicht. Hahaha. Und vor allem dann muss natürlich auch erstmal... Glauer ein Stern kommen. Da gab's noch acht andere Sachen. Hahaha. Hahaha. Äh... Oh, man. So, warte. Mini-Spiele gewonnen, glaube ich, steht da gar nicht, sondern nur, wie viele Münzen in Tränen, wie viele Münzen in Mini-Spielen gewonnen. In Mini-Spielen gewonnen in Münzen hatte ich 77. Das ist ja wahrscheinlich wirklich sieben oder acht. Sehr gut, ja. Sehr gut. Du hattest auch vier Sterne insgesamt. Ja. Und 109 Münzen. Hahaha. Es sollte nicht sein. Oh, Mann. Also, ich mach eben... Ich muss hinten ein Hitz draus haben. Guck mal, ich war auf den meisten blauen Feldern. Da du auf einem blauen Feld in 10 Runden. Ja, dann geht immer auf Special-Feldern. Das ist auch krass. Auf jeden Fall. GG. Was war denn? Was denn? Du warst in 10 Runden auf einem blauen Feld. Hahaha. Ein blaues, ein rotes, ein Lack. Hahaha. Zwei aus, ja. Äh, du, dann guck dir das mal an. Hahaha. Und trotzdem 109 Münzen gemacht, ne? Ohne die, ohne das Feld, ja. War eine schöne Runde. Sehr gut, sehr gut. Vielen, vielen Dank euch. Bis mitmachen. Ja, noch viel Erfolg, ne? Ja, noch viel Erfolg, ne? Danke fürs Antesten hier. Auch die Lea. Ach. Müssen wir aber mal wiederholen. Also, heute war, finde ich, die Connection war echt gut. Also, das lief heute richtig gut. Perfekt. Musst du dir merken, mit welchen Leuten das geht. Hahaha. Dann kann ich mir meinen Ladadapter wieder abbestellen. Äh. Alles klar, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ja, viel Erfolg, ne? Danke schön. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. . Untertitelung des ZDF, 2020